Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Die Dani ist super, 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 mega engagiert, beantwortet alle Fragen, ist sehr geduldig, auch wenn man das nicht sofort versteht. Im Pure Soul Pioneer fand ich besonders geil, dass man so viele unterschiedliche Bereiche miteinander verknüpft und auch die Zusammenhänge einfach näher gebracht bekommen hat. Und da in Astrologie vor allem aber auch sehr stark den Fokus auf Human Design, was ich super spannend fand und was ja eigentlich ein sehr, sehr komplexes Thema ist, habe ich sehr, sehr viel lernen können für mich und vor allem auch die Verbindungen von Sternzeichen, psychologischer Numerologie, Human Design, einfach die Zusammenhänge. Und dadurch habe ich gelernt, einfach viel besser Menschen einzuschätzen und auch mich besser einzuschätzen, warum ich wie, wo agiere und wo ich vielleicht noch meine Themenpunkte habe. Es war auf jeden Fall sehr, sehr verständlich, sehr umfassend und hat mich total weitergebracht in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und mit dem Buch dazu, das sehr, sehr viel, also sehr ausführliche Informationen zum Nachschlagen auch bereit hält, ist man wirklich super aufgestellt, um auch zukünftig einfach viel nochmal nachlesen zu können. Und ja, das kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert und da einfach das große Ganze mehr verstehen möchte.